Er ist tot! Was haut ihr denn da? Er ist tot! Hört auf! Er ist tot! Gute! Hahahaha! Trimmt er mit den Leuten nicht! Er ist tot! Hört auf! Die große Legion rückt vor! Wir wollen einen Konvoi ausmerzen! Und los geht's! Bringen wir Frieden zu der Insel von Britannia! Willkommen zurück! Das ist der Anamt-Konvoi! Ich bin falsch gelaufen! Ja, das ist ein Konvoi mit vielen Leuten! 43, aber 50 Gold! Rumbammelbumm bams! Rumbammelbumm bams! Die wollen bestimmt die Sachen aus der Stadt in Sicherheit bringen, bevor ich die platt mache! Bevor ich die platt mache! Ich muss noch abspeichern! Ich habe noch nicht abgespeichert seit der letzten Aufnahme, was total dämlich ist! Aber willkommen auf dem Kanal! Die müssten jetzt hier eigentlich irgendwo sein! Gibt's doch nicht! Ich geh schon mal in Testudo-Formation! Bin ich jetzt blind? Ach du Scheiße! Oh nein! Pi-plus-Ramius! Aufstellen! Ich muss euch selbst hier hinstellen mit dem... Vielleicht schießen sie auf mich! Pi-la! Feuern! Ich geh die Bogenschützen angreifen! Gibt's doch nicht! Legionär-Legionär-Tot! Ich brauche auch Bogenschützen! Angriff! Kommission auflösen! Alles töten! Oh, der muss weg! Habt ihr meinen Angriff gesehen? Und? Ja! Nur minus zwei Gold! Wir haben zwei Verluste! Sehr ärgerlich! Aus der zweiten Centurie! Und aus der dritten! Okay! Gut! Dann... Zurück! Gut! Dann würde ich jetzt sagen... Äh... Wie wär's mit dem Village! Weil ich glaube hier sind die... Das hieß ja schon die Town! Und das ist alles zu nah dran! Alter, schon wieder ein Konvoi! 41 Gold! 1238 Silber! Wiii! Alter, guck mal! Wir haben jetzt 1900 Silber gemacht! Was hab ich jetzt noch? Wieviel koste das hier? So... Wie ist das 1000 irgendwas? Gut! Ich glaube das levelt alle auf ein bestimmtes Level hoch, ne? So ist das glaube ich! Wir müssen da lang! Meine Quests laufen aber noch, ne? Nicht, dass ich das damals wegen dem... Naja... Sehr gut! 66 Food, 30 Supplies! Wir sind mit allem noch im Lot! Oh! Ne, warte mal! Extraction! Oh! Wir müssen gucken! Wir brauchen doch noch ein Dorf! Wir brauchen noch ein Dorf! Ja, das wär so gut! Oh! Was ist denn hier los? Römer hängen in den Barrikaden fest! Das ist ja dämlich! Na toll! Das ist ja mal... gut zu wissen! Das waren bestimmt die Bauarbeiter auch! Guck mal, ob hier irgendwo noch mehr hängen! Aber ich denk mal nicht! Wir holen Nüsse, ihr... Taubes Nüsschen! Du bist ein taubes Nüsschen, ja! Ich bin ein taubes Nüsschen, ja! Oh Gott! Das hab ich in meinen Kopf gesetzt! So! Gucken wir mal! Mäh! Man kann ja auch hoffen! So! Folgen! 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 Halten! So! Dann gucken wir mal! Seid ihr bereit, Legionäre? Für den Angriff auf ein weiteres Dorf! Es einzugliedern in die großen, äh... Weiten des... Komm, das müssen wir jetzt mal hier... Auf jeden Fall aus dem Maximum! Das ist die erste Legion! Die muss doch so aussehen wie die erste Legion! Ihr seid die Erste und kein Saftladen! Die gehört... Sir, ja, Sir! Ja! Ja, äh... Ja, Dominus! Dominus! Was? Wer hat das gesagt? Dominus! Okay! So, ich glaub wir sind einsatzbereit! Oh, ist das toll, oder? Guckt euch das mal an! Die erste Legion! Primus Pilus! Der Premiere aller Pilen... Pilas! Okay, los geht's! Alter, guck mal wie viele hier wieder sind! Ja... Ne, komm, den machen wir jetzt noch! Sorry, das ist viel zu gut! Das ist viel zu verlockend! Das können wir nicht einfach hier... So direkt in den Testudo gehen! Das ist ja direkt hier um die Ecke! Osten! Da müssten die sein! Da sind sie! Kommt ihr auf uns zu? Aufstellen! Da sind sie! Guck mal, ob ich die Pfeile... Hier, schießt auf mich! Ich bin viel verlockender! Okay, dann gehen wir die Bogenschützen jetzt direkt mal angreifen! Ich hab' jetzt grad' meinen Pila weggeschossen! Gibt's doch nicht! Ich komme, Armee! Haltet durch! Sind nicht alle am Kämpfen! Haben die... Okay! Wir lassen sie kommen! Es ist immer noch besser, als jetzt anzugreifen! Ihr könnt... Oh! Das gibt's doch nicht! Der steckt in mir drin! Oh Gott, wie ekelhaft! Angriff! Vielleicht ziehen sie sich zurück, das wär' nicht so gut! Sehr gut, Hornbläser und Bannerträger! Interessant! Er ist tot! Was haut ihr denn da? Er ist tot! Hört auf! Er ist tot! Guck! Das trifft er mit den Leuten nicht! Er ist tot! Hört auf! Okay! So! Und wieder zurück! Da war noch eine! 30 Nummer 20 gold! 600 Silber! Einen Kill hat er nur! Das ist halt lächerlich, ne? Lächerlich! Ne, wir machen jetzt das Dorf! Dafür sind wir hier! Dafür sind wir geboren, Legionäre! 1400 Silber! Null! 1500 Silber! Ja, wenn wir da sind, rüchte ich noch mal ein bisschen was auf! Warte, ich muss noch dispannen! Eigentlich ist das ja immer direkt der Fall, ne? Warte, ich könnte noch mal ein bisschen hier... Vielleicht gibt's noch ein bisschen Arbeit zu verrichten! Gucken wir mal! Ein bisschen Bäume fällen vielleicht! Und reparieren? Aha! Man weiß ja nie! Okay, los geht's! Ja, dann, äh, jetzt das Village! Ich rüste dann, wie gesagt, bevor wir richtig da sind, rüste ich noch ein paar auf! Da war noch eine Fackel noch nicht gebaut! Ja, ich muss eigentlich mal die Arbeiterklasse ein bisschen zurücklassen! Vielleicht machen wir das mit der vierten Zenturie! Weil da müssen wir nicht alles mitnehmen, dann haben wir die vierte Zenturie vielleicht als Arbeitskraft! Oder die Auxillaren halt, ne? Die sind ja egal! Obwohl ich keine Legionäre zurücklasse und die Auxillaren mitnehmen! Also die... Gallier! Ich meine... Was sind das schon, ne? So! Testudo! Ach, die sind auf Holding! Super! Macht aber nicht die arme Truppe da weg, ne? Die armen Kuh-Treiber da! So, hoffentlich hält unser Testudo! Ah, da kommen sie ja! Da sind sie! Römer! Was ist euer Beruf? Frieden! Genau! Ach, scheiße! Die schießen schon! Und stopp! Gibt schon direkt tote Wenn! Boah, ich dachte gerade! Schießt auf mich, ihr Lappen! Ah, sehr gut! Oder? Gibt's noch nicht! Aua! Ein paar Bogenschützen weniger ist immer sehr gut! Okay, zurück! Ich nehm das hier! Okay, vorrücken! Vor! 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 Weiter vor! Wann ist denn dicht genug? Ich glaube jetzt kommen sie! Einer, zwei, drei! Egal was kommt! Haltet Stand! Jaaa! Los! Stellung halten! Stellung halten! Einfach schlagen! Einfach schlagen! Sehr gut! Und der muss weg! Boah, den hat's direkt zerfetzt! Habe ich gewonnen! Ah! Jaaa! Angriff! Das ist nur ein Bogenschütze! Nein, ne? Legionär Manius Novius! Aus der ersten Legion! Ich raste aus! War noch ein Bogenschütze! Ich flippe aus! Du Idiot! Nein, ihr wurde geteamkilled! Von nem Pilo? Pila! Pilo! Scheiß Idiots! Das gibt's doch nicht! Ah, jetzt verschwinden sie langsam! Schade! Noch ein Häufling wahrscheinlich! Ah! So! Wir brauchen jetzt Extraction! Machen wir mal Half! Taxation! Äh... Lassen wir drin! Und Fern! So! So! Following hier hin! Sehr schön! Und ist es safe? Ne, ist es nicht! Waren wir jetzt hier noch ein Outpost hin! Äh... Hier! B! So! Outpost! Und die dritte Legion übernimmt den... Oh, warte mal! Können wir den nochmal... Wie kann ich den nochmal benennen? Outpost! Lapikus! Und dann ist das... Äh... Archikus! Archikus! So! Archikus! So! Und dann sind die immer befriedet! Oh! Gab auch direkt ne Quest! Pilferer! The crew a large sum of money through looting... Oh! Sehr schön! 250 Silber has been granted to reward! Das war direkt noch ne Quest! Tax collector has been successfully completed! 15 unrest reduction has been granted as reward! Sehr schön! Das wieder einer und das wieder einer! Oh Gott! 14 mit... Wo jetzt werden die mal größer, ne? Ne... 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 9 Gold! Aber die kommen jetzt trotzdem hin! Das ist jetzt nicht... Äh... Aus Nordwesten müssten die kommen! Ah, da sind sie schon! Äh... Testudo! Halt! Boah! Nein! Legionus, Gneus, Meteus, Mettwurst! Das gibt's doch nicht! Guck mal, die kommen nicht! Das gibt's doch nicht! Ach Scheiße! Siehste? Nur wegen so nem blöden Sack! Der nicht kommen will! Okay! Jetzt aber weg hier! Ärgerlich! Waren das welche aus der ersten... Drei aus der ersten Legion haben wir verloren! Oh! Aber kein Offizier hier mehr hin! Mettikus, Maximus, Mettwurstus! Mettwurstikus! Das gibt's doch nicht! Das ist noch einer! 52... 62 Gold! 1800 Silber! Also ich würd' vielleicht auch eher mal... Wie gesagt, meine Basis zur Stadt bringen, damit die befriedet sind! Weil hier sind ja auch noch ein paar Sachen! Und das sind nochmal Noble, die müssen wir eigentlich auch nochmal weg machen! Noblesse! Aber erstmal müssen wir uns ausruhen gehen! Scouts have been reported! Aber das ist auch so... Wir haben ja eigentlich... Ja! Das sind so viele Sachen unterwegs! Komm, schneller! Schneller! Die müssen wir auf jeden Fall weg machen! Aha! Ah! Ah, Centurion geht nicht! Na gut! Ja, Upgrade! So! Call to Arms! Es geht schon wieder los! Nach Südwesten! Mann ist das Arbeit hier! Aber wir können uns halt, wie gesagt, ein riesen Portemonnaie anhäufen hier! Ich seh' jetzt natürlich nix! Ich geh' schon mal ins Testudo! Testudo! Da sind sie! Ah, toll! Fängt wieder super an! Alter Scheiße! Stellung halten! Boah! 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 Ich war grad in dem Spiel um... Alter, guck wie viele Bogenschützen das sind! Boah! 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 Wie sieht's hier aus? Hervorragend! Stellung halten! Boah! Stellung halten! Diesmal greife ich nicht an! Oh Gott, diese Toten! Ne! Angriff! Angriff! Jetzt Angriff! Jetzt ziehen sie sich ja zurück! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Und zurück! Mein, hier ist was los! Ne! Sag ich ja! Sag ich ja! Sag ich ja! Da! 17 Strength! Aber dahinter streng ne Warband! Wie gesagt! Wie gesagt! Ich sollte nicht! Das will ich angreifen! Bevor ich nicht die dritte voll habe! Das wir jetzt! Weil ich verliere da wahrscheinlich so viele Einheiten! Jetzt brauchen wir noch ein Centurio! Läuft doch! Läuft doch! Weg del' du mal! Da sind sie! Da sind sie! So! Machen wir mal hier! So! So! Der Rest war gerade Call to Arms! Ich muss was kontrollieren! So! Die Offiziere treten ja auch an, ja. So, das ist der Thesarius. Bei der Option, der hier, der hat, äh, toll. Days in Service 1, Kills 0 und den hab ich befördert. Und für den Centurium braucht er, äh, 2 Days in Service oder 7 Kills. Gut, aber am nächsten Tag, wir sollten ja dann da, das sollte ja dann sein, dann haben, wenn's Tag wird, haben wir's geschafft. Ja, geht Arbeit, macht irgendwas, macht euch nützlich. Ihr Lappen. Ihr Lappen. Ich glaub, die schaffen's nicht mehr hier irgendwie raus oder so. Aha. Ah doch, die machen irgendwas, guck. Aha. Was soll immer die da machen? Man sieht sie gar nicht holzacken. Oh, ich sollte mal abspeichern, siehste. Ich sollte mal abspeichern, das wär doch auch gut. Respawn ist auch ne super Idee. Also ich hoffe, als nächstes Update kommt was rein, dass man mit einem selber zu tun hat. Das wär cool. Man, das saft aber sehr lange, so. wie bessere Waffen oder so. Ich meine, großartig, was anderes wär jetzt. Ich meine, ist halt die Standardausrüstung, aber... Man sollte schon mehr wegen der, der Gruppe kämpfen. Ja, aber holen tun die nichts. Wir haben ja auch noch genug. Da hab ich echt scheiße gebaut, mit dem selber am Anfang. Wir brauchen jetzt nur die Nachricht. Dann, dann haben wir's geschafft. Guck mal, wie viele unbewaffnet hier sind. Die haben's kapiert, hä? Die Lappen. Ah, das ist so klein. Das brauchen wir nicht. Okay. Ja, Storage ist 900... 900 von... Okay, pass auf. Ich versuch mir... Äh... 675. Ich will jetzt nochmal gucken. Ich hab... Irgendwie... den Wurm verloren. Ne, den Wurm verloren. Kennt man ja. Wollen wir nochmal Storage Tens? So. So. Muss man warten, bis das da steht, mit dem... Ich weiß ja nicht, was die halt so, ne? Ah. Baueffekte. So ein Wunder. 675. Zeig, was in euch steckt. Ah, geht doch. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich so wenig habe. Sorry, ich hab da nicht drauf geachtet. Wie bei so vielen Sachen. Ich dachte, ich hätte mehr als genug. Aha. Machen wir noch mehr Storage Tens? Mir egal. Jetzt verbrauchen sie auch direkt wieder Holz. Aber jetzt füllen sie auch direkt wieder auf. Sieht einfach besser mit dem Storage Tens aus. Deswegen baue ich die ja auch. Weil es euch wundert. Nicht ganz... ganz aneinander, aber ist mir egal. Stand da schon, dass der Tag angebrochen ist? Nee, noch nicht. Ah, jetzt. Nee, es ist kaut. So. So. Okay. Hervorragend. Oh, da kommt ein Konvoi. 41, Gott. Das müssen wir machen. Und da kommt noch einer mit 80... Okay, das ist läppsch. Okay. Los geht's. Ich kenne mein Glück. Oh, wer ist denn näher? Sollen wir erstmal den kleinen grad wegwischen? Wäre vielleicht besser. Dann gehen wir einfach auf Battle Rose und chargen da rein. Ich dachte gerade, wir hätten einen verloren. Das hätte mich jetzt so angekotzt. Nein. Böser, böser, böser. Hey, Charge. Hau weg mit denen. Ich werfe sie jetzt keine Pilas. Das gibt's doch nicht. Sehr gut. Stop, Charge. Following. Testudo. Nein. Ach, Porter. Ich dachte gerade wieder. Okay, sie schießen ihre Pfeile auf unsere Porter. Das ist ja natürlich sehr nett. Oh, okay. Das ist noch gar nicht der Eingang. Oh Mann, guck mal, wie viele das sind. Stellung halten. Oh Mann, guck mal, guck mal, guck mal. Oh Mann, guck mal, guck mal. Oh, voll daneben. Ja, auch. Ja, die Bohmschütze machen schon alle leer. Sehr gut. Angriff. Ja, wir haben es geschafft. Sehr gut. Okay, dann. Follow. Ah, ah, follow. Ah, follow me. Heet sweet baby. Irgendwie so. Hm, 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 hm. So. Okay, alles klar. Äh. Alrighty then. Alrighty then. Spitze. Spitze. Immer noch nicht Tag 2 erreicht. Ich flippe hier aus. Ein Tag. Disband. Disbande. Ja, ne, wir müssen warten. Das geht nicht anders. Der Tag ist doch erreicht. Was ist denn? Ist immer nur... Ich glaube nicht, wenn es hell wird, sondern wenn man mittags hat, aber... Wie viel haben wir denn jetzt? Hm. Ich brauch so eine Sonnenuhr hier. So, wenn... Warte mal. So, ist das so? Haben wir jetzt 11? Kann das sein? Ist das so? Äh, Uhr nach Norden ausrichten oder so? Oder... Oder wir haben... Wie kann auch sein, dass wir... 12 haben. Kurz vor 12. Oder 1. Die Sonne wandert doch, ne? Ja, es müsste doch so sein. Ja, Sonnenuhr. Die beste Uhr. Tja, keine Ahnung. Was haben wir denn noch so zum Bauen? Warte mal, wie viel Lagerkapazität habe ich jetzt? Und wie viele Ressourcen? Also. Wir haben plus 101. Aha. Minus 62. Aber plus 55 Waren und minus 62 Waren. Das ist sehr schlecht. Wir haben noch genug auf Lager, aber trotzdem brauchen wir einen höheren Einkommen für Waren. Äh, Lager ist jetzt groß genug. Das ist schon mal gut. 17 Esel. Aha. Servants 17. Servants Mule. Tents Base. Müssen wir bald auch erhöhen. Ich könnte ja. Warte, was habe ich denn hier für Tents gebaut? Engineer. Das war Archer, ne? Okay. Wir müssen hier nochmal normale reinbringen, glaube ich. Wie viele haben wir? Nee. Aber jetzt hat es funktioniert. Jetzt hat es funktioniert. Dann brauchen wir noch Archer. Ach, das ist ein Archer. Aber egal. Konto Bernium. Konto Maximum. Konto Maximum. Machen wir auch so ungefähr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war oder nicht. Ich weiß nicht. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. nur einen Kill. Statt dann nicht eben, dass wir den Tag survived hätten? Na gut. Nein, ich will nicht nur mit den Offizieren losgehen. Das passiert mir bestimmt noch. Keine Sorge. Ja, dann machen wir mal die Noble Gathering und die Warband weg. Wenn wir schon dabei sind und uns langweilig... Ah, es hat funktioniert. Gott sei Dank, mein Herz. So, Tesarius. Option. Finde ich jetzt blöd. Aufstellung. So, jetzt hier aufstellen. Halt. Ihr Lappen. Ihr seht aus wie Lappen. Ihr seid Lappen. Danke, Herr. Aha, jetzt geht's. Was hast du denn hier? Sehr gut, du hast ein paar Kills. Sehr gut, sehr gut. Müssen wir gucken, dass ihr auch ein Maximum habt. So, sehr schön. Das sieht auch famos aus. Sehr schön. Haben wir hier noch ein paar First-East-Ligonäre, die nicht gut ausgerüstet sind? Oh. War das jetzt ein Veteran? Upgrade to... Oh, scheiße. Hat der jetzt Maximum-Level? Ich dachte schon. Yo, das geht doch geil. Das geht geil. Ah, hier noch einer. Sehr gut. Okay, sehr schön. Ja, jetzt... Archer? Der Armor-Level. This unit is unlocked after completing Century 3 Quest. Ah, oh. Tada! Scorpion 1L. Oh, 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 oh. Es geht los. Oh Gott. Ich muss abspeichern. Ich muss abspeichern. Dispand. Save Game. Save Gamel. Los, los. Wir safen unser Game. Oh ja, das ist sehr, sehr gut, gut. Oh ja, ha, gut. Return. So, ja. Hm. Ich meine... Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das funktioniert mit der Scorpion. Wie viele Bogenschützen sind das denn, bitte? Loll, jetzt sind wir noch von 0 auf 1000 Prozent. Technischen. Was braucht der? Ein, der survived oder drei Kills. Oh Mann. Oh, scheiße. Ich habe jetzt gar nicht überlegt, wie viel Food und so ich dann noch habe. Oh, Mist. Oh ja, wir müssten die tauen sowas von... Alter, guck mal, die Bogenschützen. Wie geil ist das denn, bitte? Oh, Mann. Und wie geht das mit der Artillerie? Ich muss doch so ein Scorpion bestimmt bauen. Ist das eine Defense? Warte mal. Also. Call to Arms. Aufstellen! Wir müssen Schaustellung einleiten. Bleiben die denn? Ah, so. Bisschen mehr ins Licht. So. Ist das cool. Is that very nice? Also, ihr Maden. Ja, wir sind Maden, Herr. Guck mal, wie unterschiedlich groß die sind. Die sehen doch eher aus wie Römer hier. So, und die Engineers sind... Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie die funktionieren. Skorpion. Wir haben ja gar kein Skorpion. Wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass wir das bauen müssen. Äh, Quests. Slave 4, moving inland. Pitching warfare. Meteor and... Warbands. Menace. Road is no longer safe for the enemy. Their activities are constantly subject to attack. Joy for up... VIP convois. Oppressive taxation. High command. Auxiliary 1. Skorpion. Hier. Recruit the first engineering squad and construct their Skorpion. Okay. Ist die Frage, wie das geht. Damit nicht. Da ist es auch nicht. Nein. Nein. Okay, wo sind die Engineers denn dann? Da. Assistant First Centurial. Oh. Ist ja bescheuert. Äh. Ja. Ah, hier. Bildskorpion. 25 Timber. Ja, cool. Nein. Cool. Ja, geil. Ja, Skorpion. Das sind die coolen Ballisten. Los, in Position. Ich muss nur mal hier hin holen. Und dann das Banden und so. Gut, Leute. Das machen wir nächste Folge. Dann greifen wir das Village an. Oder vielleicht noch den Konvoi vorher. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Asche auf Save. Wenn wir drauf gehen. Ist das cool, oder? Ich mag's. Ich find's klasse. Dispense. Oh Mann. Das wird so klasse. Das wird, das wird cool. Also bis zur nächsten Folge. Es wird genial. Bis dann. Wie immer, liebe Leute. Ihr seid die Besten. Nicht vergessen. Kommentieren, abonnieren und ein Däumchen da lassen. Das hilft mir sehr. Und macht mich auch glücklich. Ja. Wie gesagt, Leute. Desto mehr Interaktion. Desto mehr Leute Let's Plays gucken. Desto, äh. Unendlicher gehen sie quasi, ja. Also bis dann wie immer, liebe Leute. Haut rein. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020